Wieso ich hier bin? Ich habe mich ein bisschen durchgegraben über die Webseite und möchte jetzt hier einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, ein Bauchgefühl dafür bekommen. Wie ist die Atmosphäre hier, die Energie? Wie wird hier getickt? Also wie wird eine Führungskraft so wahrgenommen, dass sie a. als kompetent wahrgenommen wird, aber b. auch als authentisch? Chef, Geführte, aber auf der Basis brauchen wir andere Dialoge. Ich glaube, das hat viel mit Begegnungen zu tun.